Herzlich Willkommen zurück zu Platoon 2 in der Octo Expansion. Wir erreichen jetzt trotz Dunkelleid das Ziel. So was mag ich eigentlich gar nicht, aber gucken wir mal. Passe ist meinen Weg nicht zu sehen. Die unsichtbaren Wege ins Platoon sind noch okay. Aber wenn ich jetzt in der Dunkelleid nix sehe... Ich nehme mal die. Weiß ich nicht. Trotz Dunkelleid. Was für eine Dunkelheit. Oh, mal immer. Wo ist es denn dunkel hier? Oder wird es noch dunkel? Das ist bestimmt keine Falle. Oh, verdammt. Ah, verdammt. Okay, jetzt geh drauf. Komm, noch mehr. Warte. Da geh doch. Mal wieder drauf gehen. So. Ich dachte gerade, die Müllbeutel wären viereckig. Na, wo kommt der Gegner? Was soll denn daran dunkel sein? Oder wird es noch dunkel? Ah, da hinten wird es dunkel, oder? Ah, hier wird es dunkel. Oder? Ne, auch nicht wirklich. Komm auch zu ballern. Oh, der war nice. So. So. Äh, ups. Schießen und rollen ist halt so eine Sache. Ja, ich weiß. Ja, an der Bombe. Ich weiß. Nicht von hier. Ach, geht doch. Danke. Boah, über... Eh. Inklinge. Doktorlinge. Moment, hätte ich da lang gekonnt? Nee, da sind die Gegner lang gefahren. Aber warum kann ich das einfärben? Das ist ja voll weird. So weit komme ich anscheinend nicht. Ich habe die auf jeden Fall schon mal getriggert. Okay, die haben wir schon mal. Einfach mal durchziehen hier. Okay, da gibt es auf jeden Fall Rüstung. Soll das hier Dunkelheit sein? Ich weiß nicht wirklich. Also richtig dunkel ist das ja alles nicht hier. Okay. Hör da. Sehr schön. Mal hier rüber. Da ist anscheinend nix. Guck mal, wie online, ey. Wenn sie da landen. Erstmal schön draufhalten. Wurde ich chillen. So. Oh, der ist gemein. Ähm, wo willst du hin? Lady. Oh, Sniper. Geh weg mit deinem Ploof. Oh, oh. Explodiert der denn nicht? Ich weiß es nicht. Muss kurz hier weg. Danke. Ähm. Kannst du es kurz lassen? Warum mache ich die Kisten weg? Ei. So, warte. Oh nein, das ist so eine fette Kiste. Oh. Okay. Alles gut. Haben es geschafft. Und richtig dunkel. Also ich habe jetzt was anderes erwartet. Richtig dunkel war das ja jetzt nicht. Ich glaube, das war das Trainingsgelände, ne? Was man sonst gemacht hat in einem Tutorial. Mit Dunkelheit. E-Weißen. Da haben wir die D-Reihe. Ist schon mal fertig. 53 von 80. Das heißt, wir haben noch 27 Level zu machen. Cool. Mal gucken, was es uns jetzt gibt. So. Was gibt es denn mehr? Den Kamabo-Helm. Cool. Okay. Damit haben wir die weiße Strecke fertig. Können wir jetzt hier weitermachen. Besiege alle Gegner innerhalb des Zeitlimits. Okay. Lunar Blaster. Mit denen konnte ich mal umgehen. Tatsächlich. Das wird schon eins. Aber jetzt nicht mehr. Ach du Shit. Wir machen einfach die Kisten kaputt. Alles wird gut. Oh, ich komme hier aber nicht weg. Weil ich kann ja nicht wirklich squidnen, ey. Zehn Gegner. Alter. Alter, aufzuschießen. Hilfe. 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 Oh mein Gott. Ich bin wieder voll. Oh nö. Oh. Warte mal. Ich wäre jetzt irgendwie mega, wenn ich... Wenn ich mich jetzt irgendwie... Ah. Du musst weg. Du musst... weg. Und bei dir müssen wir jetzt einfach nur ganz viel springen. Ey. Lass dich dein Ernst machen. Tinte neu. Warum machst du das so aus? Holy Shit. Okay. Das war ja noch halbwegs okay. Stellt euch vor, alles wären rote Kisten gewesen, die so One-Hit mit dem Blaster gewesen wären. Holy Shit. Cool. Ähm. Lass dich auf dem Weg zum Ziel nicht treffen. Ich kann irgendwie nicht glauben, dass wir noch echt noch 26 Level haben. Jetzt mittlerweile. So viele Level. Ist das Land der Vereisung vielleicht noch so viel? Dual-Klatscher mit der Insta-Bomber. Okay. Und wir sollen es nicht treffen lassen. Fünf Leben. Das ist anscheinend nicht einfach. Lass dich nicht treffen. Oh, warte mal. Äh. Ah. So. Oh, warte. Nein, ich muss nochmal zurück. Schade. Zwei Ringe nicht. Erwischt. Äh. Okay, das wird jetzt ätzend. Ja, danke. Okay, das wird ätzend. Ach, come on. Was soll ich denn alles machen, ey? Äh. Okay, ich muss eigentlich gar nichts machen. Ist der Witz. Okay, gut. Wenn man nicht die Ringe will. Also scheiß ich da jetzt drauf. Also scheiß ich da jetzt drauf. Okay. 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 weiter. Okay. Dreh! 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 Oh, ist zu viel gedreht. Zu viel gedreht. Alter. Da kriegst du voll Panik. So. Oh, macht das Blink? Alter. Okay. Das war sehr gut. Nicht zu viel drehen. Okay. Ich hab's geschafft. Auf die ganzen Extra-Credits verzichte ich. Liebend gerne. Oh. Anstrengend, ey. Also jemand, der wirklich hier das Ding hier sammeln will. Hä, fahren. Ich nicht. So, was haben wir hier? Zerstöre alle Ziele mit begrenztem Tintenvorrat. Okay. Also zwischendurch hat man so Level, da kommt man ruckzuck durch. Aber dann kommen so Knaller. Ach, die Kisten. Äh, ich nehm Turbo Blaster. So. Begrenzter Tintenvorrat. Sehr schön. Ah, scheiße. Ah, scheiße. Das war nicht gut. Ist das das Ziel? Ah, das ist ja mies. Scheiße. Okay, was? Nein. Jeder Schuss muss sitzen. So. Nice. Oh, sehr gut. Haben auf jeden Fall schon mal sehr viele Schüsse gespart. Scheiße. Nein. Genau richtig. So fies. Im Roller wäre, glaube ich, leichter gewesen tatsächlich eigentlich. So, kämpfe dich zum Ziel durch. Ist eine Waffe dabei, die ich noch nie benutzt habe, glaube ich. Ich bin übrigens Team Pulp, ne? Oder Pulp. Falls ihr wissen wollt, was ich für was... Ich bin Team Fruchtfleisch, Mann. Contra Blaster und Curling Bombe. Let's go. Will ich mal ausprobieren. Okay. Ein schneller Blaster. Oh, die Musik. Holy shit. Warum sollte das mit der Waffe schwer sein? Schaut euch an, wie ich sie zerstöre. Guck mal, wie ich sie zerstöre. Alter. Oh, geil. Wahrscheinlich kommen gleich Gegner, die richtig kacke sind mit der Waffe. Rätten die Sniper zum Beispiel. Die Reichweite von dem ist auch gar nicht mehr so schlecht. Oh, hi. Voll geil. Ähm. Aua, aua. Oh, hier ist es okay. Okay. Kurz chillen. Alles gut. Oh, wir haben eine Fernbombe. Irgendwaffe. Wo komme ich hoch? Sehr cool. Oh, die Seren-Dings brauche ich gerade nicht. Nur hier rüber. Okay, der trifft uns nicht. Sehr schön. Oh, lol. Da ist noch ein Gegner, aber ich will den jetzt erst weghaben hier. So, und dann den einen noch, der da rum swooshert. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Hier war noch einer. Da. So, den wollte ich jetzt unbedingt noch haben. Kann ja nicht sein, dass einer hier überlebt. Und ich hab die Sphärenbombe noch. Als ob die so hart reagieren, wenn die eigenen Leute schießen. Oh, lol. Ich muss unter den... Ach. Ich jag da was, ich weiß. So. Sehr gut. Haben wir geschafft. Einmal alle Kisten zerstören. Vielleicht ist noch was drin. Da wird was drin sein, weil das ist so eine rote, umwickelte. Ja. Sag ich, ja. So. 25 Credits for free. Einmal hier hoch. So, den haben wir schon gemacht. Pluviator. Finde ich sogar ganz geil. Äh, Pluviator soll ich schon. Äh, Sniper. Hier, äh. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Der wirft die Granaten. Ah, du. Ja, Kiel. Aber. Das war knapp. Der fährt hoch. Oh, wie gut ist der Sniper denn? Oh, das war knapp. Da hatte ich jetzt aber eine große Klappe. Ah, das war ein Fehler, den wir anzumachen. Ja. Das war ein Fehler. Kriege ich den wieder, wenn ich jetzt respawn... Ja, ich hab noch die... Oh, ich hab die Säbisphäre. Verdammt. Oh mein Gott, das war der schlimmste Nutzen einer Säbisphäre ever, glaube ich. Okay, wir machen folgendes. So machen wir. Also wir den schon mal los. So, den auch. Und wir holen uns die Credits zu da. Die es hier einmal for free gibt und den machen wir auch noch weg. Und da gibt's auch nochmal Credits anscheinend. Oder Ausrüstung. Nee, Credits. Okay. Da oben, die Spezialattacke zu benutzen, war mega dumm. Die benutzen wir woanders. Da oben wär die Kugel sogar gut. Aber hatte sich nicht angeboten. Hatte sie ja nicht mehr. Ich möchte diese Granaten immer treffen. Alter, dass ich da immer so risky reingehe. Okay, das hätten wir schon mal geholt. Das ist jetzt safer. Das ist viel safer so. Okay. Ich fühlte mich gerade auch ein bisschen überrascht von den Gegnern, muss ich gestehen. Da können wir es jetzt machen. Bestimmt noch mehr Gegner hier am Start. Das war noch nicht alles. Dahinter ist noch ein Sniper oder so. Nein? Okay, wundert mich. Ich hätte jetzt noch erwartet, dass noch irgendwo ein Sniper steht. Aber okay. Jetzt sind extra viel Feind. Schöne Texte auch immer. Kriegen eigentlich zu wenig Beachtung. Gut, die hatten wir auffällig. Einmal J, die Kleidungsriege. Hüpf, Sets. Ich fange vor Rührung gleich an zu flennen. Ich habe das hier aufgehoben. Für eine besondere Gelegenheit wie diese. Es ist gut, wie der Opa immer woanders sitzt. Das komplette Set erzählt eine interessante Geschichte. Uh, Kamabo ist ein Replik. Okay, cool. Ich würde aber sagen, im nächsten Part geht es dann erst weiter. Und ja, warte mal, wie viele? 57 von 80. Es soll echt noch 23 Level? 4? 8? 12? 15? 15 Level gibt es. Aber dann kommen noch einige Verheißungslevel auf uns zu, glaube ich. Wir sehen uns im nächsten Part von The Twin 2, der Octo-Expension. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. The Twin 2, der Octo-Expension.